Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Es wird wieder im E-Test euren Drixx im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja wir fahren heute von Lüttich nach Rüssel. Wir haben heute 5 Tonigladen und zwar medizinische Ausrüstung. Und ja da fahren wir jetzt los. Wir haben heute 170 Kilometer vor uns. Und ja da starten wir jetzt durch. Es ist leider wieder Nacht im E-Test. Aber gut da kann ich leider auch nichts dafür. Und ja da fahren wir jetzt los heute zum Samstag. Ja die Hälfte vom Wochenende ist schon fast wiederum noch eine Hälfte und dann geht es für mich auch wieder in den Alltag los. Weil auch nächster Woche und ab Montag besser sagt ich muss ja auch wieder ja arbeiten. Da geht es dann für mich auch wieder ganz normal los. Genau ja zu nächster Woche direkt auch nochmal. Und zwar habe ich da die meisten Videos jetzt schon vorher aufgenommen, also vorproduziert. Ein paar muss ich noch aufnehmen. Und ja da ist einfach bei mir in der nächsten Woche ziemlich viel los. Und dann bleiben sie immer gerade aus. Und deswegen ja habe ich die Videos jetzt für nächste Woche schon vorproduziert, also vorher aufgenommen. Also alle Videos, also vom Montag bis Samstag die ganzen Videos. Also zweimal LS-Videos und zweimal ECS-Videos habe ich schon aufgenommen. Oder werde ich noch aufnehmen. Ein paar habe ich schon wie gesagt. Und ja bloß dass ihr da Bescheid wisst. Also nächste Woche die Videos ihr bekommt. Videos. Aber halt wie gesagt sie sind ja ein bisschen vorproduziert. Weil nächste Woche ist einfach so viel los bei mir. Da ist ja durchgehend irgendwas. Außer Donnerstag ist glaube ich der einzige Tag so wo nicht wirklich was ist. Aber gut. Deswegen ja habe ich jetzt schon mal Videos vorher produziert. Und ja dass ihr auf jeden Fall Videos bekommt. Und genau das wollte ich euch bloß nochmal sagen. Ich habe es ja gestern im Video auch schon gesagt. Aber nur dass ihr Bescheid wisst. Und im Video selber werde ich auch immer nochmal sagen. Dass ihr da Bescheid wisst. Genau ansonsten von LS und von ETS gibt es jetzt nichts Neues. Da ist alles beim alten geblieben. Und sonst ja. Wie gesagt jetzt die nächste Woche bekommt ihr auch nicht wirklich Neuigkeiten. Weil wie gesagt ich da ja die Videos schon vorproduziert habe. Und dementsprechend gibt es dann auch keine Neuigkeiten. Aber dann die Woche draus gibt es dann wieder Neuigkeiten. Ähm. Genau. Ansonsten ja wenn euch die Videos gefallen könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen. Das ist ein Loppaktiven. Um nichts zu verpassen. Jetzt kommen die Montag und Freitag ein. LS2 aus dem Video. Und den Betrug und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen um 16 Uhr. Und ja unter der Woche bin ich aktuell zwar noch nicht live. Aber werde ich jetzt ja. Ich sage mal so Ende oder Mitte, Ende September werde ich dann wieder unter der Woche auch live sein. Ähm. Nur dass ihr da schon mal beschein wisst. Also aktuell bin ich auch noch mit den Streams in der Sommerpause. Ist jetzt auch besser noch. Weil nächste Woche ist wirklich so viel los da. Würde sich auch nicht schaffen. Aber dann vielleicht die Woche drauf oder vielleicht noch eine Woche. Dann geht es wieder mit den Streams los. Ähm. Dann werde ich aber natürlich vorher auch wieder ankündigen. Ähm. Wie es jetzt ausschaut. Weiss ich aktuell noch nicht. Noch nicht ganz. Wie sich handhaben wird. Ob ich unter der Woche einfach. Ja. Immer wenn ich Zeit habe streame. Oder halt. Ähm. In den festen Streaming Tag. Oder so. Das muss ich mal noch schauen. Äh. Da bekommt ihr aber auch. Auch auf jeden Fall noch Bescheid. Genau. Ja. Nächste Woche wird es ja jetzt auch. Äh. Ja. Ein ganzes Stück kälter. Wie diese Woche. Diese Woche hatten wir ja. War es ja eigentlich nochmal. Sehr sehr schön. Also 30. Achso. Ja. Fast 30 Grad hatten wir. Die ganze Woche. Jetzt nächste Woche. Wird es ja. Kälter. Und es regnet ja eigentlich auch. Die ganze Woche. So wie ich das jetzt gesehen habe. Ähm. Und dann die Ausfahrt. Rechts nehmen. Ja. Da funktioniert es bei mir. Trotzdem mit den Streams auch nicht. Weil wie gesagt. Nächste Woche habe ich schon. Nimm die Ausfahrt. Alles mögliche voll. Sag ich jetzt mal. Aber dann. Vielleicht die Woche auf. Muss ich mal schauen. Wie es da ausschaut. Ähm. Wie sich es da ergibt. Genau. Das soll jetzt mal auf der nächsten Autobahn. Und jetzt. Ja. Sind wir auch gleich schon wieder in Brüssel. Schauen wir mal. Äh. 45 Kilometer. Am Ende. Fahren wir einmal rechts rüber. Und hier merkt man halt auch. Auf jeden Fall schon wieder. Dass deutlich mehr Verkehr. Wie in England ist. Also hier. Hier sieht man wenigstens auch. Ein paar andere LKWs. Weil in England war es ja so. Dass da. Ja. Die Flug nichts los war. Aber hier. Ja. Ist schon wieder mehr los. Auf jeden Fall. Genau. So. Ja. 33 Kilometer. Also sind wir gleich. Sowieso. Auch schon wieder da. Das passt ganz gut. Und ja. Jetzt dann nämlich noch die. anderen zwei ETS Videos auf. Also die haben wir nicht aufgenommen. Die anderen ETS zwei Videos. Die nehme ich jetzt noch auf. Hoppala. Was war denn das? Ei ei ei. Ey wo sind wir? Das war ja so eine Leute. Was war denn das eigentlich für ein Rückkehr schon wieder? Also teilweise rückelt ETS wirklich so stark. Das kann ja auch. Weiß ich auch nicht woran es wirklich liegt. Auf jeden Fall was ich sagen wollte. Also die anderen zwei ETS Videos für nächste Woche. Ich nehme ich jetzt nach dem Video noch auf. Ähm. Ja. Da ich einfach die Reihenfolge von den Städten her. Äh. Ja. Ich sag mal mehr oder weniger jetzt nicht kaputt machen wollte. Ähm. Nehme ich die jetzt noch danach auf. Alles. Äh. Videos habe ich schon aufgenommen. Also die. Habe ich schon fertig. Äh. Jetzt. Wie gesagt nur noch die anderen zwei ETS Videos. Und dann. Ja. Ähm. Habe ich die ganzen Videos für nächste Woche schon aufgenommen. Immer geradeaus. Asso. Rote Ampel. Immer was schönes. Ein Bus. Immer was schönes. ja ja was macht werden er schneidet ja halb die kurve nee ich will nicht sagen aber wir haben und die bloß mal so am rande erwähnen ich habe den schon kommen sehen auf da habe ich hier unten das ist ziemlich schnell dran ist dann dachte ich mir schon muss ich glaube ich war bitte langsamer machen ich kenne mittlerweile den multiplayer schon wieder multiplayer so ist das kenne ich mittlerweile schon es war noch die ampel auf grün umschalten wäre es auch was das dunkle ist halt auch schon ein bisschen nervig links halten und dann links abbiegen biege nach links an vielleicht warte ich auch noch bitte kurz zumindest bis ich die nächsten zwei videos aufnimmt dann ist es wenigstens bisschen heller jetzt aktuell ist es ja wirklich mit mir in der nacht aber wenn ich ein bisschen warte dann könnte es hell sein oder heller so jetzt einmal hier einpacken so und dann ja einfach und dann war es auch schon wieder ja dann würde ich auch schon wieder sagen war es jetzt mit dem video für heute wir sehen uns dann ja am montag um 16 im nächsten video das ist dann ein ls 22 genau das video wie gesagt habe ich auch schon aufgenommen also nächste woche sieht er die videos ganz normal aber ja dann wie gesagt euch noch ein schönes restliches wochenende und ja dann bis zum nächsten mal